Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch eine neue App aus der Tweak Week von Ryan Pietrich vorstellen. Diese nennt sich Arrange Status Bar. Und damit könnt ihr eure Icons in der Status Bar beliebig verschieben. Die App ist kostenlos. Und wenn wir jetzt mal das Ganze regeln. Zoomen wir hier oben eine Statusleiste, Status Bar an. Und ich demonstriere es jetzt mal gerade. Ihr könnt also etwas gedrückt halten und dann beliebig verschieben. Sei es jetzt der Mobilfunkname von eurem Anbieter, falls ihr ein iPhone habt, oder die Batterie. Alles ist eine ziemlich lustige App. Wie ich finde, und für kostenlos kann man nichts mit falsch machen. Hier in den Einstellungen gibt es noch einen Menüpunkt dazu. Dieser heißt Arrange Status Bar. Gehen wir hier auf Reset Status Bar. Sollte hier sich eigentlich resetten. Allerdings tut sich da noch nichts. Und ich denke, da wird in den nächsten Stundentagen auch ein Update vorauskommen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert mich, kommentiert mich, favorisiert mich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.